Ja, jetzt noch mal hier die Nachaufnahme. Könnte auch ein Weibchen sein. Der Bruder hat 0,088, die Schwester die jüngere 0,087 und die andere hat 2,088. Kann man ja wohl sehen, dass das ist, aber ich gehe mal davon aus, ich hatte erst glaube ich ein Vogel, aber es ist wohl doch ein Weibchen. Da hat er vier Weibchen gebracht dieses Jahr, also in 2016, aber da ziehe ich dies Jahr nix mehr von. Ich lasse erst mal richtig ausreifen. Ja, so ist es. Auch das gleiche Auge, bisschen dunkler. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017